Hallo zurück bei Nerdfamilizin. Hallo, ihr kennt den Ort, ihr kennt auch uns, aber ihr kennt noch nicht das Thema. Und zwar wird heute etwas über Asthma gesprochen. Jetzt mal mit Asthma angefangen, also Asthma und COPD, wo sind da so eigentlich die Hauptunterschiede? Also was ist denn eigentlich bei Asthma so besonders? Jeden Pulmologen wird es grauen, in dem Versuch, das in zwei Sätzen zusammenzufassen. Aber im Endeffekt ist Asthma eine bronchiale Hyperreagibilität, ausgesprochen richtig, die aber reversibel ist. Das ist eine chronische Erkrankung, die meistens getriggert wird. Also diese Schwellung der Atemwege, diese Entzündung durch meistens Infekte oder allergische Reaktionen, so grob, dann gibt es natürlich noch tausend irgendwelche Noxen, sind tendenziell eher jüngere Patientinnen und Patienten und es sind vor allem eher Patientinnen. So, das ist so der Unterschied zum COPDler, wobei es da Overlap-Syndrome und so weiter Varianten gibt, wo wir eher sagen, chronischer Nicodinabusus, eher ältere Menschen, ja, so grob. Okay, das ist doch schon mal ein guter Einstieg und jetzt ist ja immer die Frage, jetzt komme ich da irgendwo hin und der Patient, der pfeift und ist der jetzt schwer krank. Also woran erkenne ich den schweren Asthmaanfall? Das ist ein guter Punkt und wir hatten uns vorher unterhalten über den, wie selten der wirklich schwere Asthmaanfall ist. Das heißt, wenn er da ist, muss man echt verflucht aufpassen. Gefühlt, wie wir mit dem Rettungsdienst begonnen haben, war das viel, viel häufiger und auch noch gar nicht so selten ein Grund für eine Reanimation, gerade bei jungen Patienten. Also Risikozeichen, wenn wir vermuten, es ist ein Asthmaanfall, also rein die Klinik natürlich, pulmonale Spastik, Luftnot, ja, eben vielleicht ein bekanntes Asthma, das wäre, glaube ich, ganz gut. Risikozeichen sind Patienten, die Atemhilfmuskulatur einsetzen, ja, also das heißt, die sitzen, die sich abstützen, Kutschersitz, ja, oder sich auf der Rettungsdienstliege so festkrallen, ja. Patienten, die tachykar sind, wobei die besonders gefährdeten sind, die, die radikat schon sind, aber das ist dann kurz vorm Arrest, Patienten mit Hyperventilation, also Atemfrequenz deutlich über 20, das sind alles Leute, wo man aufpassen muss und so die ganz, ganz, ganz kranken sind, die, die Vigilanz gemindert werden, vielleicht schon ein bisschen oder delirant, ja, nicht mehr so richtig reagieren, die, wenn man sie auskultiert, keine Spastik mehr haben, sondern sogenannte Silent Lung, also wo man gar nichts mehr hört und natürlich Leute, die bewusstlos sind und nicht mehr atmen, ja, klar, okay, da habe ich mir schon gedacht. Ja, also, je weiter runter man da kommt, natürlich die Blickdiagnose, so ein grau-blauer Mensch, der irgendwie gerade noch so kämpft, der ist natürlich schwerstkrank. Oder ein Schlumpf. Gut, also, jetzt haben wir hier so einen Asthma-Patienten vor uns und jetzt müssen wir ja irgendwie in die Therapie reingehen. Genau. Ich würde das mal in so drei Kategorien einteilen der Patienten oder es gibt so drei, in einem letzten Artikel sind so in drei Bereiche eingeteilt worden, der leichte, schwere und der lebensbedrohliche Anfall. Der leichte Anfall, es sind Leute, die können noch ganze Sätze sprechen, die haben eine Sättigung über 95, die kriegen vielleicht jetzt nicht gut Luft, aber die wirken jetzt auch nicht kritisch krank und haben keine von den Risikozeichen von vorher. Dann gibt es die schweren, die haben zwar noch eine Sättigung über 90, haben aber schon eine Sprechdyspnoe, die schauen ein bisschen krank aus, wo man denkt, ja, gut, dass der uns angerufen hat. Und die lebensbedrohlichen sind die, die wir jetzt gerade vorher besprochen haben, so richtig ganz dramatisch, wo man sich denkt, oh, wenn wir Pech haben, bleibt der gleich stehen. Beim leichten Anfall ist es relativ easy. Es gibt Betamimetika und Anticholinergika, die man vernebelt, gern auch in Kombination. Dazu verlinken wir auch auf die Pin-Up-Docs, die sich mit dem Thema kürzlich im Detail beschäftigt haben. Und das ist eigentlich auch schon fast alles. Beim leichten Anfall wird noch diskutiert, ob Cortison einen Vorteil bringt, wenn dann so ungefähr ein Milligramm pro Kilogramm, so 50 bis 100 Milligramm Prednisolon oral oder IV. Das ist so die Therapie vom leichten Asthmaanfall. Wahrscheinlich einfach und ehrlicherweise werden wir davon gar nicht so viel sehen, weil die Leute das häufig wissen, dass sie es haben und das selber therapieren mit ihren Bedarfssprays. Wenn es dann zum schweren Anfall kommt, dann wird es aber ein bisschen enger. Da müssen wir mehr machen. In den Bronchien und für uns. Okay, ja, was macht man dann? Also auch da... Ich weiß es, Theophilien. Ja, genau. Bitte nicht. Sage ich nachher gleich nochmal was dazu. Also die Inhalationstherapie ist wichtig und man muss daran denken, dass man die Betamimetika alle 10 Minuten wiederholen kann. Also 10 bis 15 Minuten. Das heißt, was Quatsch ist, wenn ihr die Patienten in die Klinik bringt und die immer noch Beschwerden haben und die haben einmal am Anfang vernebelt, was super ist, aber in den 60 Minuten, die die Notaufnahme betreffen, haben die nicht mehr weiter Betamimetika inhaliert, dann ist das Mist. Die sollen ruhig mehr bekommen. Bei den Anticholinergika, also beim Ipratropium-Promi, dass ich es richtig ausspreche, sagt man ungefähr alle 30 Minuten. Also das muss man vielleicht präklinisch gar nicht unbedingt wiederholen. Also auch unbedingt Inhalation und übrigens, wenn die Luft nötig sind, dann kriegen die Sauerstoff und zwar hochdosiert. Keine Angst vor irgendwelchen CO2-Narkosen. Die kriegen 15 Liter, zack, Maske. Gerade bei diesen gefühlt lebensbedrohten Patienten, die brauchen hochdosiert Sauerstoff, die sind hypoxisch. Also Sauerstoff. Okay. Dann haben wir gesagt, Prednisolon, okay. Das wird niemanden in der Akutsituation sofort retten, vor dem Tod, aber wirkt dann doch in den nächsten Stunden relativ gut und ist eine wichtige Therapie. Und dann sind wir schon, wie wir es bei anderen Videos auch schon mal vor kurzem hatten, eher schon am Limit der Evidenz. Wirklich viel mehr Evidenz gibt es da nicht mehr. Fallt dir noch irgendwas ein, was man machen könnte, wenn die richtig krank sind, wenn das jetzt noch nicht hilft? Also mir fällt da so ein ganz cooles Narkot-Medikament ein. Kann man eigentlich immer geben. Ketamin, okay. Also sage ich gleich was. Ketamin. Okay. Und dann fällt mir mein Lieblings-Elektrolyt ein. Magnesium. Magnesium. Was mir noch einfällt, ist die nicht-invasive Beatmung. Und ehrlicherweise muss man bei allen drei Sachen sagen, so richtig super ist die Evidenz nicht. Sogar bei der NIF. Aber NIF können wir. NIF können wir von den CPD-Lern. Und NIF kann den Asthmatikern, da gibt es tolle Einzelfallberichte und ehrlicherweise auch Erfahrungen, wo die die Leute retten kann oder zumindest überbrücken kann, bis man das soweit stabilisiert hat, bis die Inhalation und so weiter wirkt, dass man die eben nicht intubieren muss oder die nicht stehen bleiben vor Hypoxie. Beim Ketamin oder S-Ketamin ist es so, da gibt es eine bronchodilatatorische Wirkung. Wohl beim Ketamin mehr als beim S-Ketamin. Die Dosierungen verlinken wir jetzt gleich nochmal, damit ich mich nicht verrechne und packen wir euch in die Shownotes. Das wäre eine Kurzinfusion, also muss man jetzt nicht hochdosiert reinhauen, sondern so über ein paar Minuten reintröpfeln lassen. Und beim Magnesium gibt es auch zunehmend Evidenz, zumindest beim mittelschweren Anfall, dass das hilft, würde ich auf jeden Fall bei den Patienten, die ein bisschen kränker sind, auf jeden Fall geben. Okay, jetzt ist natürlich immer die Frage, man kann nicht alle Patienten stabilisieren. Jetzt geht es immer weiter. Wobei ich übrigens noch eins sagen will, also auch wenn die Evidenz nicht so gut ist, aber wenn man einen Patienten, einen schlechten Patienten, komplett ungenifft lässt, einfach mal und sagt, die Evidenz ist nicht so gut und ihn dann intubiert, um ans nächste Thema überzuleiten, das fände ich schon relativ krass und bin auch der Meinung, das sollte man, das ist sicherlich der falsche Weg, sondern NIF kommt immer vor der Intubation allein schon zur Präoxygenierung. Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Alright. Also jetzt wird der Patient intubationspflichtig. Was machen wir jetzt? Ja, wir leiten ihn mit Ketamin ein, das ist gut. Wir schauen, dass wir ein optimales Präoxygenieren, zum Beispiel mit NIF, was in dem Fall, glaube ich, hilfreich ist. Wir würden den Zwischenbeuteln, die Abnötzeit möglichst kurz lassen, also alle Sachen optimieren, die wir bei hypoxischen Patienten sowieso optimieren, ist gar nicht aufs Asthma speziell bezogen. Und dann muss man bei der Einstellung, der Beatmungseinstellung halt echt vorsichtig sein. Wichtig ist ja vor allem die Expiration, die sind ja überbläht meistens. Die können quasi ihren Lungeninhalt nicht ausatmen. Das Atemgas kriegen die nicht raus. Das heißt, da wird empfohlen irgendwie Inspirations-zu-Expirationsverhältnisse von 1 zu 2. Ehrlicherweise, realistischer finde ich 1 zu 3 bis 1 zu 6. Also wirklich lange Expiration. Schauen, ob man überhaupt was reinkriegt mit den Beatmungsmaschinen. Oft geht das mit dem Druck gerade am Anfang nicht. Manchmal muss man die Patienten sogar mit der Hand bebeuteln, weil die so furchtbar schlecht sind. Noch ein Punkt von den Medikamenten würde ich noch erwähnen. Es gibt auch die Gabe von Betamimetica IV oder Subcutan. Subcutan ist de facto eigentlich nicht mehr empfohlen. Aber IV kann man auch noch in so einer dramatischen Situation, würde ich das wahrscheinlich als Perfuso-Gabe, wir verlinken euch da nochmal die genauen Dosierungen, auch Erlägen. Reprotabol zum Beispiel. Genau. Okay, aber halt furchtbar aufpassen mit der Beatmung. Die haben natürlich auch ein hohes Risiko, dass dann was passiert. Okay, jetzt habe ich einen Patienten intubiert. Ich habe die Beatmung so eingestellt, wie du es sagst. Und jetzt plötzlich schmiert er mir ab. Okay, eigentlich gibt es zwei Gründe. Also wenn jetzt ein intubierter Asthmatiker, wo wir jetzt davon ausgehen, dass die Drücke relativ hoch sind, alles nicht so einfach zu beatmen, sonst hätte man ihn wahrscheinlich nicht intubieren müssen, gibt es zwei Gründe, warum die plötzlich schlecht werden unter Beatmung. Das eine ist ein akuter Pneumothorax und dann Spannungspneumothorax, weil er hohe Drücke und invasive Beatmung. Das heißt, hoffentlich ist es nicht so seit entlang, dass man irgendwo auf einer Seite was hört. Abhören sind die Volumener plötzlich viel geringer oder ist eine Seite eben nicht mehr beatmet, weil dort ein Pneumothorax ist. Pneumothorax, das ist ein Grund. Und der zweite Grund ist das sogenannte Stacking oder der Autopiep oder wie auch immer man das nennen will. Was wichtig ist, ist, wir haben ja gesagt, die Leute haben Schwierigkeiten auszuatmen. Und das passiert an unserer Beatmung auch. Wenn wir also nicht genau auf diese Flow-Kurve schauen und schauen, dass der Atemzug auch wieder ganz ausgeatmet wird, dann staut sich das oder stapelt sich das, steckt sich das. Immer mehr, 50 Milliliter beim Einatmuzug, nochmal 50, 50, 50 und irgendwann mal ist so viel Volumen in der Lunge, das nicht rauskommt, dass uns quasi ähnlich wie beim Pneumothorax alles abdrückt und wir können nicht mehr beatmen. In diesem Fall, wenn das so wäre, muss man den Patienten diskonnektieren vom Beatmungsgerät, auf den Brustkorb draufdrücken, für ein paar Sekunden schauen, dass man das rauskriegt. Meistens zischt es dann auch ganz dramatisch, so ähnlich wie beim Pneumothorax, nur halt beim Tubus raus hoffentlich. Und danach kann man die wieder beatmen und muss halt nochmal auf die Flow-Kurve besonders achten. Genau, das sind so die zwei Worst-Case-Szenarien. Okay, letztes Wort zu Theophyllin. Hast du uns noch gesprochen? Also Theophyllin rutscht immer weiter raus, wird eigentlich weder in den Leitlinien, in der Erstlinien- oder Zweitlinientherapie noch empfohlen. Die Amerikaner sind da ganz streng oder die Anglo-Amerikaner. Bei uns steht es noch im letzten Absatz irgendwo ganz unten im Eck als Last-Resort drinnen. Ich denke, das ist so ähnlich wie Sub-Codan oder IV-Gabe von irgendwelchen Betamimetikern. Kann man machen. Evidenz ist super schlecht. Die Gefahr, die therapeutische Breite ist extrem schmal. Wenn die Patienten unterm Theophyllin noch Tachykader werden, haben sie noch mehr Sauerstoffbedarf, was beim hypoxischen Patienten jetzt gar nicht so toll ist und die Wirkung vermutlich schlecht. Heißt, es ist jetzt kein Kunstfehler, wenn man das gibt, aber es ist bei Weitem nicht Erstlinien- und auch eine Zweitlinientherapie im akuten Status, sondern das sind Patienten, die sind vielleicht an der letzten Linie. Dann reden wir wieder über unser Lieblingsthema. Da ist die Frage, ob man die nicht vorher an eine VV-Ecmo nimmt, bevor man da jetzt irgendwie Ampullenweise Theophyllin dem Patienten gibt. Okay, das ist doch ein gutes Statement zum Schluss und jetzt versuche ich das Ganze nochmal zusammenzufassen. Ich bin gespannt. Fangen wir mal an. Erstmal, was ist ein Asthmatiker? Ein Asthmatiker ist im Vergleich zu COPD eher der jüngere Patient. Er hat etwas mit Allergie zu tun und die Pontodilatation kann auch wieder zum komplett reversiblen Zustand führen. Das wäre der Asthma-Patient an sich. Wann ist er schwer krank? Klar, wenn er eine Peri-Rest-Situation hat, aber auch wenn er eine Seilung lang hat, wenn er hypoxisch ist, schon delirant wird, hohe Atemfrequenz, hohe Herzfrequenz. Dann unbedingt daran denken, was ist die Standard-Therapie, die er unbedingt bekommen muss. Inhalative Bronchodilatatoren, sprich Beta-2-Sympathomimetica und Parasympatholytica. Inhalativ. Dann gibt es eine gewisse Evidenz für Magnesium, was man geben kann im schweren Asthmaanfall. Aber unbedingt das Prednisolon nicht vergessen. 50 bis 100 Milligramm hilft zwar nicht ganz akut, aber im zeitlichen Verlauf dann eben doch sehr gut. Und NIF, zwar nicht so viel Evidenz, aber wir haben gesagt, die NIF auf jeden Fall probieren, gerade dann, wenn es Richtung Intubation geht. Bei der Intubation daran denken, ein langes I-zu-E-Verhältnis zu haben, also eine lange Expiration. Wenn der Patient schlecht wird, denkt an den Pneu und denkt daran, dass vielleicht der Autopiep den Thorax aufgeblasen hat und dann mal diskonnektieren. Und zuletzt, Theofilien fast komplett raus. Nicht komplett raus sind die intravenösen Beta-2-Sympathomimetica wie Reprotarol. Die können helfen, sind aber auch keine Wundermittel. Und das Ketamin als Kurzgabe, weil es unser Lieblingsmedikament ist. Das habe ich vergessen, dabei habe ich so lieb. Das war es von uns, oder? Jawohl. Wir freuen uns auf alle Kommentare, auf eure Erfahrungen. Wann hattest ihr das letzte Mal einen Patienten oder Patientin mit wirklichem echt schweren, lebensbedrohlichen Asthmaanfall? Also meldet es euch gern, kommentiert es und denkt daran, wir haben ja auch coole Facts dazu von der Anke, die sie geschrieben hat. Also auch da nochmal reingucken und einfach auf die Wache raushängen. Bis bald bei Nerd von mir ziehen und tschüss. Ciao. Bis bald auf INTERN tschüss. Ciao.